Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege mit dabei ist wie immer, Jandrit, guten Abend. Guten Tag. Und wir spielen auf der Map 8, Bereich sichern. Oh, wir werden kassieren. Lass mal nicht wie letzte Runde 4 zu 0 verlieren, das ist nicht so geil, muss ich sagen. Nicht? Nee. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahr-Butbehälter schützen. Ich hoffe, FPS-technisch geht das jetzt. Weil die ist ja so FPS-technisch eher schlechter als recht bei mir irgendwie. Mein Son just gave birth. GG. Warte, Mann. Man sieht das gar nicht in der Aufnahme, glaube ich. Aber da unten steht halt... Ja, weil der Kopf wahrscheinlich davor ist, ist bei mir halt auch so. Mein Son just gave birth. Und denkst du dann so, what? Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahr-Gut-Gehälter lokalisiert. Die Gegner haben den Bio-Gefahr-Gut-Gehälter lokalisiert. Jetzt können sie kommen. Merwin, ich kann ja kein Linker anmachen. Hm. Warte, warte, warte. Ach du Scheiße. Was? Der Ding doch ist auch hier. Wow. Wow. Ja. So wie WoW, aber wow. Ich suche nach Feinden. Lade auf! Finde das witzig? Finde das witzig? Ja. Ja, finde ich witzig. Nur das merke, wie ich den Sturmwärterung geschickt hat. Hm. Ich suche nach Feinden. Nee, jetzt hab ich's gecolt. Alles klar. Ich möchte mit den Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows hören. Zehn Stunden lang. 30% Pond, 10% Music, 400% Mustache. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Ich setze den Herbstragsensor ein. Ach, das ist schon drei, drei Giger tot. Okay. Ja eben. Ich hab noch nicht mehr was gesehen. Hier. Der Eindruck. Warum hat er... Nee. Oh Gott. Ich hab ihn vor eingesetzt. Da ist jemand gestorben. Ich hab nichts gemacht, ey. Ja, ich sag's so ne Ecke. Ich sag dir, jetzt dreht sich gleich jemand. Ja, in Rainbow Six. Jetzt wird sich jemand drehen. Wenn du hören willst, da ist er Pink Fluffy Unicorn nicht. Echt? Hast du das gesagt? Ja. Guys, add me, if you want me to carry him. I have a big fan. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Ich will jetzt mal ein ganzes CSGO-Match lang, ey. Und spiel den CSGO dabei. Hier krieg ich tatsächlich die Spots noch nicht richtig. Okay, wie komm ich da jetzt hoch? Frage des Tages. Okay, ich bin da. Da kommt ne Falle hin. Janik ist afk. Oder gestorben. Oder beides. Na, ich stehe hier um. Alter! Schimmel deine Basis, du Wichser. Aus. Alter, hier droppen die FPS des Todes rein, ey. Also, wenn das Video gerade ein bisschen ruckelt. Es tut mir leid. Tut es echt, aber... Ernsthaft. Ja, ich bin jetzt eh tot. Was ist ich denn ernst jetzt, oder? Das... Hä? Was war jetzt gerade los? Okay. Also? Ich wurde gewohnt, dass ich uns denn gemessert. Oder wussten alle, wo die Position halt ist. Geil. Aber weißt du, ich mach halt... Ich mach halt die Tür auf. Und in der Sekunde steht halt jemand... Also steht die komische Kaviere halt vor mir. Und die drücken halt den One-Shot rein. Er war mal Hunger, ey. René, er hasst nicht nur dich, sondern auch mich. Das ist leider so. Kann sein. Ich mein, er ist halt ein Nazi, ne? Schau doch mal, seine Nazi-Friese. Er nix, ein Nazi. So nenn ich dich jetzt. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ich hab' den Zeichen in die Webcam gehalten. Hä? Ich hab' den Finger in die Webcam gehalten. Jetzt muss ich mir anschauen. Jetzt hab' ich's verpasst. Glaub ich. Ja, vielleicht kommt da noch mal einer. Vielleicht aber nicht. Nee, der kommt nicht. Natürlich habe ich eine Haken. Ja, hab ich den ersten schon verpasst, tatsächlich. Kannst auch nix. Ja, bei Mutter kann auch nix. Hab' jetzt deine letzte Spätigung gehört. Das hat sich irgendwie falsch an. Von dir Nachbarn wahrscheinlich. Wait, what? René so, okay. Aber ich war halt, ich kenn' das nicht eh von Alligator, aber trotzdem. Ey, das kommt doch von Trailer-Park, selbstverständlich, wie die Gold. Ey, ist doch alles das Gleiche. Ja, ich mach' den guten Preis. Ey, für von Trailer-Park tatsächlich, äh, bleib' in der Schule oder so, das beste Lied. Ja, ist ja auch das Bekannteste, ne? Ja, ich kenn' ich kenn' die jetzt ja auswärtig, aber ich hab' ja, ich hab' das alles schon mal angehört. Ich hab' mir schon mal ich hab' mich jetzt schon mal extra von den anpinkeln lassen, um T-Shirt zu bekommen. Was? Gibt's ja so Geschichten bei Konzerten von denen, wo das die Leute haben machen lassen? Robert. Kannst du mir kurz helfen? Ja, es wird in Apple-Mac-Dingensil zerstört. Run away with the candy. Pink, fluffy unicorns, dancing on rainbows. Pink, fluffy unicorns, dancing on rainbows. Bitte, bitte! Ist ja auch überhaupt nicht Bucky gewesen. Hast du sie da? Ja, hab' ich. Ähm. Das ist jetzt nicht so gut da oben. Er ist tot. Mito, Andy. Okay. Ich setze den Sensor ein. Ich lauf' hier weg. Ich hab' Angst. Ähm. Das ist jetzt nicht so gut. Wo soll ich hier gehen? Weiß ich nicht. Ich seh's auch absolut scheiße. Oh Gott. Ich lauf' hier raus. Fuck! Wo schaut's die denn hin? Ein Kämpfer des eigenen Hochschul- Woher weiß der das? Ich hab' hier an den Behälter. Was ist das? Nöhm, 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 nöhm. Die Gegner sichern den Bio-Gefahr. Er ist verletzt. Immerhin assist' der. Ich bin nicht mehr letzter. Nice. Ist er dumm? Unglaublich immer diese Leute, die alles hier haben wollen. Er ist maximal verwirrt. Rechts ist doch die Tür. Man hört sie doch. Oh Gott. Er stirbt von rechts. Ja, ich mach das gleich mal an. Zehn Sekunden noch. Sie haben Ihre Versuche gegen Behälter zu sichern eingestellt. Fünf Sekunden übrig. So geil wieder. Genau so eine Sekunde passen noch. Oh, jetzt kommt wieder die Ruckelpartie draußen. Ey, scheiße. Oh. ich wollte doch irgendein anderes wieder machen das heißt wir vergessen welches was war denn das pink fluffy unicorns acting on rainbows ja es ist mir egal es ist mir egal ah ja Wie war es nicht so gut im Klopfen? Wie hieß denn jetzt das andere Lied, was ich noch mal anhören wollte? Okay, ich komme jetzt gerade drauf. Geh einfach direkt hier unten rein. Wo geht das nicht so hart? Oh. Was? Ja, hier sind Gegner, oder? Hier sind sie ja hier vorne schon. Was? Geh! Ja, sieh sie da so eine Sekunde und dann wird ihr mal gedistet. Nein. Wir haben überhaupt nicht abziehen, da ist was passiert. Okay. Der war schon weg, aber ich habe ihn trotzdem gekillt. Und mein Gewehrschild hat den Headshot abgehalten. Feind draußen entdeckt. Wo? Längst von uns aber. Ich hab so weit. Ich habe ihn angeschossen. Ich bin getötet. Ich bin geraped. Deine Position ist gefährdet. Wir wissen nur wo wir sind. Wir wissen nur wo wir sind. Was? Wie? Wie? Was? Okay. Dauerfeuer. 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 Da rein. Er läuft einfach durch. Noch zweimal und wird nicht getroffen. Okay. Dann geht's. Dann geht's. Der ist viel über dein Gewehrschild. Gerne. Da geht's. Er geht's. Er geht. Er geht's. Was ist mein Mate bitteschön? Fällt der mit der Drohne rum? Nein. Ja doch, er fällt mit der Drohne. Boah, YouTube ist gar so langsam einfach. Es stimmt nicht! Was? Wer, wer? War das auch der Ding? Wenn der Drohne verbleibt. Das ist auch der Puls, der ich getötet habe. Ich habe ihn auch nicht getroffen. Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Ich habe Dauerfeuer in den Raum gemacht und er ist alles selber durchgelaufen durch das Feuer. 20 fucking seconds, just go! Oh Gott, wir verlieren die Runde. Lass die Webcam weg. Ja, weil ich mir kurz die Nase geputzt habe. Hä? Wie du kurz die Nase geputzt hast, so Pisser. Das ist mir auch egal. Ich will sehen, wie du deine Nase putzt. Wie Rotz er aus deiner Nase herausläuft ins Taschentuch. Ich möchte euch live mitverfolgen. Hallo? Ich werde nicht mal mit dem Mervin. Müssen auch. Ne, wir werden wieder ignoriert. Mervin, du kannst nicht unseren Zuschauer einfach ignorieren, das geht doch nicht. Jetzt, mal gucken, man können diese Torpedos hier einfach verschießen. Nice. Welche Torpedos? Ach die. Ja. Ich bloß den auch nicht. Sind, sind die gesicherte Torpedos. Bin ich gewohnt. YouTube hat gerade leider 10 Minuten gebraucht, bis es einen Tab geöffnet hat bei Chrome. Ich kann nicht mehr stehen. Ich kann nicht mehr stehen. Bin ich gewohnt. Irgendwas passt sich ihm. Irgendwas. Irgendwas passt sich ihm hier ab. Äh, Fröder werde ich verprügelt von. Ne. Ist ja witzig. Ich hoffe auch im Vlog. Warum ließ ich der jetzt auch hier hin? Äh. Ja, komm. Ey, guck dir das mal im Stream an. Das ist teilweise sowas von buggy einfach nur. Wie ich den Zimmer treffe und jetzt mal gucken. Wie guckt er in den Raum rein? Ja. Ja. Du siehst einfach, wie ich schon 3 Meter weiter bin und ich trotzdem noch sterbe. Boah. Boah. Was für ein Aids dieses Spiel teilweise ist. Einfach nur. Boah. 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 Und damit bedanken wir uns für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Boah. Boah. Boah.